so ab geht's vor zwei namen krüger wir haben eigentlich gar nicht hier wir haben die beste küche den besten campenplatz den wir jemals hatten und das gras ist auch schön grün hier im krüger und das richtet jeden fucking tag und dann mal pruscht ein bierchen rausholen so jetzt haben wir hier die camp aufbauphase überhaupt nicht nein ja immer gute laune mit mir mit mir hat man nur gute laune das ist das ist wie therapie dörfchen und man darf dann nur 60 fahren und dann sind hier an der cutting line lang an fans um